hey leute was geht herzlich willkommen hier zurück bei mysheesh wir haben heute mal wieder neuen tabak für euch auf meinem kanal und zwar geht es heute um den relativ neuen tabak und zwar um adalia punkman ja wer das ganze ein bisschen aufmerksam verfolgt hat ich habe ja letztens das video hochgeladen von must have pink man und der adalia punkman klingt da ja schon recht ähnlich reden wir nicht lange drum rum adalia hat sich in dem tabak quasi von dem must have inspirieren lassen und das versucht so ein bisschen nachzustellen also ich weiß nicht genau ob sich adalia jetzt beim must have inspirieren lassen hat oder halt auch bei dem liquid wie must have beim pink man tabak aber ich finde oder ich denke mal wenn der genauso schmeckt wie der must have oder wie das liquid ist der eine gute alternative zu schon immer kurz her hier dem must have pink man warum eine alternative naja ganz einfach das ist virginia tabak das heißt ja das kann eigentlich jeder rauchen weil der ist halt nicht stark und der must have pink man ist ja ein dark blend und damit kommt halt nicht jeder wirklich klar was uns als erstes auffällt ist hier die dose ja den deckel da hat er da ja jetzt halt einfach hier dieses warnsymbol und das logo über das den ganzen deckel einfach gedruckt ja wo das bis ja vor kurzem noch nur hier der innere rand war ist ja egal grund daten des tabaks 200 gramm kosten euch wie immer bei adalia 16 euro 90 den shot braucht ihr für den punk man nicht also so wie ihr ihn kauft ist ist er auch fertig geschmacklich gibt adalia selber ein es ist ein roten bär ein roter bärenmix mit erdbeere also genau die gleiche beschreibung wie beim must have pink man ein roter bärenmix mit erdbeeren wir öffnen jetzt mal die dose hier riechen dran und das ganze vergleichen wir mal mit dem must have pink man weil ich finde die haben geruch eine gewisse ähnlichkeit also ihr habt hier ihr fehlt hier fehlt auf jeden fall die grund tabak note wie beim must have logischerweise weil der dark plant riecht einfach ein bisschen ja man riecht das einfach sind charakteristischer geruch aber ansonsten rote bären eine nette süße die man direkt merkt also es riecht sehr süß wie der must have auch ja und die erdbeere ganz ganz dezent im hintergrund also ja genau wie beschrieben eigentlich jetzt riecht man mal hier an dem must have kein wunder ich brauche den deckel hier diesen innen deckel nicht abnehmen weil ihr klebt so viel molasse rund um das und außerdem riecht er so krass das riecht man auch hier durch also bis auf diese grund tabak note die euch halt bei dem adalia fehlt riechen die beiden sehr sehr ähnlich wenn man die mir jetzt unter die nase halten würde beide klar ich wüsste welches was ist aber sie riechen trotzdem sehr ähnlich so dann kommen wir zum schnitt vom adalia und da muss ich euch sagen war ich ein bisschen enttäuscht ich war von adalia immer ein relativ ja so mittel bis feinen schnitt gewohnt eigentlich auch ohne ästchen und alles und ja ich weiß nicht was die hier bei den neuen dosen ich habe auch den capri da den stelle ich euch auch noch vor da ist es genauso der schnitt ist jetzt relativ grob und ihr habt doch ziemlich viele ästchen wie ich finde das bin ich so eigentlich von adalia nicht gewohnt ich hatte sogar einen riesen baumstamm beim kopfbau jetzt mit dabei das seht ihr dann auch gleich noch mal aber ich zeige denn euch mal hier den schnitt ich finde den schon wieder ganz schön grob geworden nichtsdestotrotz lässt er sich trotzdem ganz gut bauen also das ist ja das ist heck meckern auf hohem niveau ganz klar aber ich wollte es einfach mal ansprechen dann würde ich sagen wir gehen über in den kopfbau das ganze gebaut haben wir im werkbund zeus auf vollkontakt diesmal lotus 1 drauf drei kohlen zwei in der smokebox eine auf kipp das ganze heute wieder in der most breeze und dann sehen wir uns hier gleich nach dem kopfbau wieder so leute willkommen zurück kopfbau habt ihr zum pink man oder sorry punk man ich habe ihn noch nicht geraucht das heißt das hier ist jetzt auch mein erster selbstversuch das ganze steht jetzt fünf minuten sollte warm sein und wir nehmen jetzt hier mal den ersten zug vom adalia punk man ja rauchentwicklung brauche ich glaube ich mal wieder nichts sagen die ist auf jeden fall vorhanden die ist gut nichts zu meckern wie ist das ganze jetzt geschmacklich so geschmacklich das ganze so lala muss ich ehrlich gesagt zu sagen also an den pink man von must have kommt auf keinen fall ran klar must have hat extrem krasse aromen wie ich finde und diese dark blend note gibt dem tabak einfach mal einen gewissen touch immer mit und die fehlt hier logischerweise auch die aromen sind nicht so krass ich finde ihn auch ein bisschen lasch ehrlich gesagt vom geschmack her aber er ist nicht so süß wie der pink man als der pink man ist ja wirklich extrem süß der hier ist es nicht und hier finde ich anders wie im geschmack die erdbeere schon ziemlich ja ausgeprägt also auf jeden fall ausgeprägter als im geruch ihr habt vordergründig ja diese gewöhnte rote bären note wobei ich hier sogar sagen muss ich schmecke hier eine himbeere raus ja also beim pink man konnte ich ja wirklich nur sagen es ist ein roter bären mix hier muss ich sagen ich schmecke hier wirklich eine himbeere raus also schmecke hier vordergründig auf jeden fall eine himbeere raus die schön süß ist und dann ist im hintergrund noch so eine leicht herbe bei mir bei den ersten zwei zügen jetzt war sogar eine leicht seife genutzt die hat sich jetzt allerdings gelegt keine ahnung ob da vielleicht noch ein schuss grapefruit oder so drin ist aber so diese ja diese leicht bitteren note habt ihr da noch mit drin die erdbeere auf jeden fall prägnanter als im geruch so ungefähr also ich würde zu sagen 20 prozent erdbeere und zu 70 prozent von diesen roten bären wobei ich die himbeere halt am stärksten raus schmecke und zehn prozent dann halt diese herbt bittere grapefruit note ob das eine grapefruit ist weiß ich nicht aber so würde ich sie jetzt am ehesten beschreiben aber ich muss dazu sagen für mich wäre es wirklich eine alternative zum pink man klar dass da nicht genau so schmeckt ist logisch aber er schmeckt schon relativ also er schmeckt schon ein bisschen ähnlich klar eine gewisse ähnlichkeit ist schon da das merkt man auch also wenn euch der must have pink man zum beispiel zu stark ist von dem von dem grund tabak halt her weil es eben ein dunkler dark blend tabak ist könnte der pink man von nadal ja auf jeden fall eine alternative für euch sein ich würden auch nicht als schlecht bezeichnen ja also erst auf seine weise ist es ein guter tabak klar der must have pink man ist zurzeit mein absoluter lieblings tabak ja ohne frage aber was virginia angeht macht er einen super job also auf jeden fall von mir eine kaufempfehlung so würde ich das ganze hier jetzt mal bewerten und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen außer ich hoffe ihr schaltet das nächste mal wieder ein lasst mir gern like da über ein abo würde ich mich riesig freuen und bis dahin macht's gut bis zum nächsten mal hier bei mysheesh